Mein Name ist Eva Mohr. Ich bin eine von zwei Teamleitungen bei der Jungen Lebenshilfe für Integrationshilfen Kita und Schule. Ja, es ist ein toller Beruf, der jeden Tag zeigt durch die Fortschritte der Kinder, was man arbeitet, was man erreichen kann. Wir haben aktuell ein Team von rund 50 Integrationshilfen. Es ist ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Charakteren, ganz vielen Berufserfahrungen, Ausbildungen, alles individuell abgestimmt auf unsere tollen Kinder, die wir begleiten. Das ist uns auch sehr wichtig, weil die sogenannte Chemie zwischen Kind und E-Kraft für uns auch sehr wichtig ist. Das Kind kann durch diese Vertrauensbasis, die dann entsteht, einfach besser, sicherer und schneller gefördert werden. Ziel jeder E-Kraft ist, sich arbeitslos zu machen. Im Sinne von, das Kind soll das Alltagschaos unser System möglichst alleine bewältigen können, dass es einfach gut zurechtkommt im Alltag ohne Hilfe. Es sind sehr große Erfolge, solche Erfolge konnten wir auch tatsächlich schon verbuchen und das ist natürlich was, wo einem das Herz aufgeht. Gut.